Kreative Lernvorlagen für Kinder Tobi Lothar CH Gestaltet und kreiert mit unserer Frisurenspielvorlage Frisuren für verschiedene Figuren. Die Vorlage bietet bereits integrierte Frisuren, die ihr nach Belieben auf den Figuren aufkleben könnt. Das ist eine Möglichkeit, wie ihr die Vorlage nach Lust und Laune, nach eigener Kreativität benutzen könnt. Oder ihr könnt das Basteln zu einem spannenden Würfelspiel machen. Einfach würfeln und mit den gewürfelten Materialien die Frisuren gestalten. Durch diese Aktivitäten lernt ihr nicht nur Formen zu zeichnen und Farben zu kombinieren, sondern auch verschiedene Materialien kreativ zu verwenden. Zudem fördert diese Vorlage Gruppenarbeit, den Teamgeist und die Zusammenarbeit. Eine wunderbare Möglichkeit, gemeinsam kreativen Spaß zu haben und zu lernen. Schaut mal, hier sind einige Beispiele, wie ihr die Figuren kreieren und gestalten könnt. Diese und viele weitere Bastelvorlagen findet ihr in unserem Bastelshop Tobi Lothar CH Eure